Was ist die Bruttorente, Herr Knöppel? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe hier eine ganz interessante Anfrage bekommen von einem Kunden, der wollte von mir mal erklärt haben, was denn eigentlich die Bruttorente ist. Meine Damen und Herren, die Bruttorente ist das Ergebnis der Berechnung der monatlichen Altersrente. Nehmen wir mal als Altersrente. Das heißt also, die persönlichen Entgeltpunkte werden mit dem entsprechenden Rentenartfaktor, hier bei einer Altersrente 1,0, vervielfältigt und dann nochmals vervielfältigt mit dem aktuell geltenden Rentenwert West oder Ost. Und aus dieser Summe oder aus diesem Produkt ergibt sich dann das Ergebnis, die monatliche Rente. Und diese monatliche Rente ist immer die Bruttorente. Brutto heißt, sie ist ohne Abzüge von irgendwelchen Kranken- und Pflegebeiträgen oder gegebenenfalls dann eventuell bei der Steuererklärung auch ohne Abzug von irgendwelchen einkommenssteuerpflichtigen Absätzen oder Abzügen, die Sie möglicherweise bei der Rente haben. Also die Bruttorente ist immer der Betrag, der sich bei der Berechnung der monatlichen Rente als erstes ergibt. Es gibt Versicherte, die bekommen die Bruttorente gleich als Nettorente ausgezahlt. Nettorente bedeutet hier in diesem Fall, dass die Bruttorente und die Nettorente gleich hoch sind, weil dieser Versicherte zum Beispiel keine Abzüge von Kranken- und Pflegebeiträgen hat. Die Nettorente ist immer der Auszahlbetrag der Rente und die meisten von den uns bekannten Versicherten bekommen die Nettorente immer nach Abzug von Kranken- und Pflegebeiträgen von der Bruttorente ausgezahlt. Das heißt also, die Nettorente ist im Normalfall immer niedriger als die Bruttorente. Also jetzt wissen Sie, die Bruttorente ist die monatliche Rente ohne Abzug von Kranken- und Pflegebeiträgen. Es gibt Versicherte, die bekommen die Bruttorente gleich Nettorente, weil diese zum Beispiel privat krankenversichert sind oder freiwillig krankenversichert sind. Dann kommt on top auf die Bruttorente nochmal ein Beitragszuschuss zur Krankenversicherung drauf. Aber bitte nicht vergessen, der Beitragszuschuss zur Krankenversicherung ist keine Rentenleistung. Er gehört dazu, aber er ist keine Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.